Pina Atalay ist bei mir. Wie gefällt es Ihnen heute mal, das Fernsehstudio gegen den roten Teppich zu tauschen? Sehr schön. Ich kann ganz entspannt sein, muss nichts vorbereiten und freue mich auf den bestimmt schönen Abend hier in Berlin. Heute Abend geht es um gute Unterhaltung, aber auch um guten Journalismus. Was bedeutet guter Journalismus? Der ist umso wertvoller, umso mehr in Bedrängnis gerät und ich würde sagen, das passiert seit Jahren zunehmend. Nicht nur in Ländern wie der Türkei, sondern auch in Europa insgesamt und auch in Deutschland. Und deswegen freue ich mich, wenn jedes Mal ein Statement gesetzt wird, dass Journalismus wichtig ist und wir kritisch berichten können und dürfen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön, Ihnen auch.